Norddeutscher Rundfunk 2021 Es gibt mir einfach diese Gleichgültigkeit, einfach diese Erhabenheit über alles hinwegzusehen, was mich stört, wenn ich rauche. Ich kann mich einfach komplett von allen Dingen lösen und mich irgendwas anderem widmen. Ich habe damals angefangen aufgrund familiärer Verluste, die mich einfach so runtergezogen haben, dass ich nicht wusste, wie ich mit meinem Problem einfach fertig werden soll. Das hat mich einfach total depressiv gemacht und meine Laune wirklich runtergezogen bis ins tiefste Loch. Und das war dann so für mich irgendwie einfach wie, keine Ahnung. Das hat mich dann einfach ... Als einzige Lösung irgendwie stand das dann für mich vor irgendwie. Ich habe dann nicht was ich sonst machen soll. Ich konnte mich einfach nicht ablenken anders und dachte mir, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, einen Weg irgendwie, sich halt einfach sein Problem zu stellen auf eine andere Art und Weise. Thc, Tetrahydrocannabinol, als eine sehr wichtige Substanz, ist eigentlich der Platzhalter für die Inhaltsstoffe von Cannabis sativa, dem indischen Hanf. Aus dieser Pflanze werden verschiedene Zubereitungen gewonnen, seien es die getrockneten Blätter oder Blütenspitzen als Marihuana oder auch das Harz der Pflanze als Cannabis oder Haschisch. Diese Pflanze enthält über 450 verschiedene Substanzen und diese Stoffe und das Delta-9-Tetrahydrocannabinol ist hier die wichtigste, bindet an einen bestimmten Rezeptor im Gehirn und führt zu den typischen Cannabis-Wirkungen. Im Wesentlichen eine Sedierung, das heißt, der Betroffene fühlt eine wohltuende innere Entspannung, eine gewisse Abschimmung von Außenreizen. Bei einer höheren Dosierung kommt es auch zu einer Veränderung der Wahrnehmung und auch der Selbstwahrnehmung. Ich bin in einer Großstadt groß geworden, bin jetzt 22, konsumiere täglich THC. Ich habe sogar noch, bevor ich Alkohol getrunken habe, das erste Mal gekifft. Mit 17 das erste Mal habe ich das gemacht. Ich anonymiziere mich einfach deswegen, weil ich mich dafür schäme, wie sich einfach meine persönliche Situation entwickelt hat. Ich bin aus einem guten Elternhaus gekommen. Ich bin auf jeden Fall wohlbehütet aufgewachsen an sich. Also ich war auf einer Gesamtschule. Mit der Steigerung des Konsums haben wir auch die Leistungen nachgelassen, weil ich dann einfach nicht mehr die Motivation hatte, hinzugehen oder Hausaufgaben zu machen oder für irgendwas zu lernen. Das ist dann halt wirklich so gewesen, dass ich teilweise in einem Unterrichtsfach drei Monate gar nicht da war, aber in der Arbeit dann trotzdem eine Zwei geschrieben habe oder Selbstmanagement sogar eine Eins. Und auf einem Zeugnis hatte ich dann eine Vier einfach durch die Abwesenheit. Also es hat sich dann wirklich ganz schlecht entwickelt. Irgendwie ist es immer schlimmer geworden und ich dann irgendwann gar nicht mehr hingegangen bin. Ich glaube nicht, dass ich durch meinen Konsum von Cannabis irgendwas unterdrücke. Also eher im Gegenteil, das ist eher so ein Moment des Loslassens. Ich bin 36 Jahre alt, arbeite in der Politikberatung, konsumiere regelmäßig Cannabis. Ich würde sagen drei bis vier Mal die Woche, meist am Wochenende. Ich habe da eigentlich schon immer Spaß dran gehabt. Es war für mich nie ein problematischer Konsum. Es ging so mit 18, 19 Jahren los, was ich eigentlich auch so ein gesundes Einstiegsalter finde. Ich habe einfach Leute um mich herum gesehen, die es anscheinend doch zu keinen Zombies geworden sind. wie ich es gedacht habe, als wenn sie gekifft haben. Und dann war es auch okay für mich dann einfach mitzurauchen. Der Rausch ist für mich etwas Leichtes, Euphorisches, Beschwinglicheres. Die Emotion verstärkt sich, die Empfindungen verstärken sich. Musikalisch, wie gesagt, Musik ist vielleicht immer so ein wichtiger Aspekt in dem Fall. Die Musik kommt irgendwie bunter und doller zustande. Und Rausch ist eigentlich immer positiv. Ich würde es nicht speziell als Sucht bezeichnen. Es ist eher eine Abhängigkeit, weil ich einfach für mich Cannabis als Problembewältigungsmittel gewählt habe. Im Vordergrund steht da eher die Möglichkeit, mich einfach überhaupt zu leben. Mit der Zeit habe ich dann auch gemerkt, wenn man schlecht gelaunt ist und versucht, dann wirklich das wieder wegzukiffen, wird es teilweise einfach noch schlimmer. Man kommt dann wirklich auf noch schlechtere Gedanken teilweise auch, ja. Ich meine, ich kann zwar jetzt grinsend darüber sprechen, aber an sich innerlich geht es mir schlecht. Ich meine, ich weiß ja ganz genau, was schief läuft in meinem Leben. Dass ich diesen ganzen Konsum eigentlich gar nicht stemmen kann. Dass ich das eigentlich überhaupt nicht mit meinem Alltagsleben vereinbaren kann. Ich habe ja keinen geregelten Alltag mehr. Ich mache ja nichts beruflich und ich komme nicht vor die Tür. Ich isoliere mich von meinem Umfeld. Einfach allein dadurch, dass ich so viel kiffe. Aber ich einfach dadurch auch, dass ich so viel kiffe, fällt es mir leicht, das so gleichgültig zu sehen, komischerweise. Ich bin Dr. Nicole Krumdik. Ich bin Mitglied des Schildauer Kreises. Das ist ein drogenpolitisches Netzwerk. Und ich bin der Meinung, dass Jugendliche eine objektive Aufklärung im Hinblick auf den Konsum von Cannabis erfahren sollten, um selber und frei entscheiden zu können, ob das eine Substanz ist, die sie nehmen können und in welchem Kontext. Und wenn sie sich dazu entscheiden, die Substanz so konsumieren, dass es nicht zu Gefahren, Süchten etc. kommt. Menschen oder auch Jugendliche, aber auch Erwachsene, die einen problematischen Cannabiskonsum entwickeln, da liegt es häufig gar nicht so sehr an der Substanz Cannabis begründet. Sondern wenn man da an die Elternhäuser guckt, wenn man da an die sonstige psychische Gesundheit guckt, dann wird man feststellen, dass schon vor Beginn des Konsums andere Probleme vorgelegen haben, die nur versucht wurden, mit dem Konsum zu überlagern und zu verdecken und zu verdrängen. Also es ist praktisch eine Flucht in die Substanz. Man hat Cannabis gewählt, es hätten auch andere Substanzen sein können, aber es hat dann eben nichts mit der Substanz Cannabis an sich zu tun. Sondern die haben dieses Mittel benutzt, um über sonstige Probleme hinwegzukommen oder sich mit anderen Problemen nicht auseinanderzusetzen. Ja, bis vor drei Jahren habe ich Cannabis eigentlich am Ende fast nur, also immer geraucht. Am meisten durch Bon, weil es war für mich irgendwie effizienter. Und rauchen mochte ich halt nicht so gerne. Mir hat die Lunge weh. Ich merkte, dass der Spaß daran einfach durch das Unangenehme in der Lunge einfach verloren gegangen ist. Und da ich schon früher auch immer wieder mal natürlich bei besonderen Anlässen, da hat man immer was gebacken oder einen Kakao gemacht, habe ich immer mehr und mehr dann irgendwie mich auf Brownies, bin ich umgestiegen. Die Wirkung beim Essen ist auf jeden Fall anders, weil sie ist nachhaltiger, sie ist intensiver, sie ist besser dosierbar. Auch die Euphorie ist auf jeden Fall ein bisschen mehr da, wenn man gegessen hat. Wenn ich Brownies backe, ist das ziemlich genauer dosiert. Ich packe immer so 3,5 Gramm rein und dann weiß ich ganz genau, dass da bei einem Stück ungefähr 0,1 Gramm sind. Es ist immer so, dass es ungefähr nach einer Stunde anfängt zu kribbeln und nach 1,5 Stunden wirkt es richtig. Gesellschaftliche Ereignisse, so mit Leuten, kenne ich mich fast gar nicht so, dass ich dann nüchtern hingehe. Hat sich das bei mir so eingebürgert, dass ich einfach kurz nach Hause komme und dann mir einen Brownie reinpfeife und dann reinpfeife, esse. Und dann gehe ich einfach los. Also das gehört einfach so ein bisschen dazu. Also die Leute setzen sich auch in eine Bar und trinken einfach ein Bier und ähnlich ist es bei mir. Die Stadt ist groß und mein Gras kriege ich durch Bekannte, die ich halt schon seit längerem kenne. Und die haben mich darauf irgendwann mal angesprochen, so nach dem Motto, wenn du Lust hast, komm vorbei. Wir haben da immer ein bisschen mehr Gras zu Hause und das war's. So, das sind jetzt hier zwölf Pflanzen, etwa eine Woche alt von der Sorte Bubblegummer. Die Pflanzen werden ungefähr so ein Meter bis ein Meter zwanzig groß. Höher dürfen sie dann auch nicht werden, sonst kriege ich Probleme mit der Lampe. Die Schränke sind sehr praktisch, weil die Luft- und Lichtdicht sind und das hilft mir natürlich, das Ganze so ein bisschen versteckt zu halten. Ja, das Ganze, das wurde halt bewässert mit einer Tröpfchenbewässerung. Hier haben wir einen Nährstofftank und hier haben wir einen zweiten Tank, wo das trainierte Wasser, was überläuft, abschließen kann. Hier haben wir eine Belüftung, damit die Luft zirkuliert. Hier haben wir noch einen Aktivkohlefilter, der die abluft ein bisschen fehlt hat, damit die Gerüche nicht so nach außen kommen. Ich habe hier zwei Schränke. Mit der Methode, die ich hier gewählt habe auf Kokos, bin ich jetzt so beim Durchschnitt von einem halben Kilo pro Zelt alle zwei Monate. Der Preis, den ich für diese Sorte ansetze, liegt jetzt, je nachdem wie viel man kauft, also durchschnittlich würde ich sagen 6,50 Euro pro Gramm. Was jetzt gemessen an den Straßenkursen eigentlich ein recht guter Preis ist. Ich würde schon sagen, dass ich so alle zwei Monate ungefähr zweieinhalbtausend Euro damit verdiene. Die meisten meiner Kunden kommen eigentlich regelmäßig, also kommt natürlich immer darauf an, kaufen dann meistens im Durchschnitt 50 bis 100 Euro. Und das hält dann, würde ich sagen, so ein, zwei Wochen und dann sehe ich die spätestens wieder. Mein Kundenstamm besteht eigentlich nur aus Freunden und Bekannten. Ich denke, ich bin kein konventioneller Dealer. Also wenn man es rein objektiv betrachtet, kann man natürlich sagen, ja, ich verkaufe Braustuft an Leute. Aber ich mache das nicht, um Geld zu verdienen. Also ich habe ein anderes Einkommen. Das ist eigentlich mehr so ein Hobby, was ich nebenbei betreibe. Jetzt persönlich würde ich das eigentlich mehr als ein Freundschaftsdienst betrachten, was ich betreibe. Ich weiß halt auch nicht, ich habe halt irgendwie nicht die Motivation aufzuräumen. Ich meine, das stört mich zwar, aber gleichzeitig ist es mir auch so egal irgendwo. Es gibt halt Momente, in denen ich dann über irgendwas stolper und auch sage, Mann, jetzt mach mal was, Junge. Dann greife ich für zwei Stunden irgendwie eine Mülltüte in die Hand und am nächsten Tag sieht es dann genauso wie vorher aus. Selbst wenn ich aufräumen würde, dann ist in einer Woche wieder alles hinfällig, weil ich einfach überhaupt nicht wahrnehme, wie es alles langsam zum will, komischerweise. Ich kann mich auch kaum noch zurückerinnern, was ich jetzt die letzten Jahre eigentlich gemacht habe. Also für mich ist die Zeit vergangen wie, also aus einem Jahr sind vier Jahre geworden vielleicht gefühlt einfach. Und in dieser ganzen Zeit einfach weiß ich einfach nur, ich habe mich zwar gut gefühlt soweit, einfach wenn ich gekifft habe, aber ich kann da wirklich nichts benennen. Ich merke sehr oft, jetzt auch gerade im Interview teilweise, wie ich einfach nicht mehr schaffe, die Sätze in der richtigen Reihenfolge zu bilden. Oder ich habe teilweise starke Wortfindungsstörungen, wo ich dann einfach einen kompletten Satz nicht mehr bilden kann, weil mir einfach ein Wort fehlt, was ich früher auf jeden Fall auf meinem Wortschatz hatte. Ich komme dann auch ins Stottern oder ähnliches. Und das war die Frage. Es ist sofort nachvollziehbar, dass es völlig unterschiedlich zu bewerten ist, ob jemand zum Beispiel am Wochenende gelegentlich THC in geringen Mengen konsumiert, zum Beispiel anstelle von Alkohol, oder ob jemand täglich von morgens bis abends unter der Wirkung von THC steht. Letzteres hat natürlich Konsequenzen für die intellektuelle, emotionale und auch soziale Entwicklung von Individuen. Und wenn wir jetzt bedenken, dass es sich ja sehr häufig um recht junge Konsumentinnen und Konsumenten handelt, hat das Ganze natürlich schon negative Konsequenzen, zum Beispiel für die schulische Entwicklung, für die emotionale Entwicklung und die intellektuelle Entwicklung. Natürlich kann man uns die Frage stellen, bin ich so, weil ich kiffe, oder kiffe ich, weil ich so bin? Ich glaube, dass meine Verpeiltheit, dass meine Gemütlichkeit und meine Langsamkeit auch schon damit was zu tun haben, sicherlich. Aber ich glaube nicht, dass das Cannabis meine Persönlichkeit verändert. Ich merke ja, wie viel Energie ich habe, wie ich im Saft stehe und wie viel Leben in mir manchmal ist. Also ich kenne aus meinem Freundeskreis, das waren so vielleicht 15 Leute, die so eine Truppe waren, also die halt so ein bisschen das Kiffen verbunden hat, kenne ich keinen einzigen, der es nicht geschafft hat, erfolgreich zu sein. Ja, also es gibt Professoren, es gibt Unternehmensleiter, es gibt Unternehmensberater. In meinen Augen sind die traurigen Fälle, die Fälle, die ein Problem damit haben, zum größten Teil Einzelfälle. Und es ist schon auch bedauerlich, aber in meinen Augen ist es eigentlich ein Unding, dass Cannabis verboten ist. Ich würde auf jeden Fall gerne was aus meinem Leben machen, weil ich auch schon von vielen anderen Leuten gesagt bekommen habe, Mensch Junge, da ist doch Potenzial vorhanden, fang doch eine Ausbildung an, schließ doch irgendwas ab, mach was einfach, geh raus vor die Tür. Es wäre halt einfach mal schön irgendwie, vielleicht mit 60 nicht bei Kaisersitzung zu müssen, bedauernd, und einfach auf dein Leben zurück zu blicken und zu sagen, ich habe da auf jeden Fall Missgebäude. Ich hoffe, dass ich einfach noch die Kurve kriege. Ich bin 16 Jahre alt und bin in einer Kleinstadt groß geworden. Ja, ich habe mit 13 Jahren angefangen Cannabis zu konsumieren, bis hin zu härteren Drogen, Excessi und Pep. Die härteren Drogen habe ich sechs Monate konsumiert regelmäßig. Ja. Und das Cannabis halt drei Jahre lang. Und mittlerweile mache ich seit neun Monaten eine Therapie. Und mein Ziel ist es, abstinent zu bleiben und nie wieder was mit Drogen zu tun zu haben. Ich habe die Augen zugemacht und habe eigentlich nur so, so wie Kugeln gesehen und dass ich halt in den Kugeln drinne bin. Und so total komisch war das so, ich war das erste Mal richtig so auf Drogen und dann haben wir halt die ganze Zeit weiter gekifft. Und es war schon lustig, aber so als ich dann umgekippt bin und gebrochen habe, war es dann halt nicht mehr so lustig. Und ich wollte es halt einmal ausprobieren, aber auch nicht mehr. Ich wollte es nicht jeden Tag konsumieren und ja. Ich bin 30 Jahre, habe zwölf Jahre Gras dauerhaft konsumiert und bin jetzt clean. Ich komme aus der Kleinstadt und ja, meine Kindheit war so lala. Also nicht gut und auch nicht schlecht. Also als ich mit dem Grasrauchen angefangen habe, habe ich natürlich als Einsteiger gleich aus ner Baum geraucht. Und damit habe ich mich natürlich dann auch gleich ausgenietet. Ich habe einen Hustenfleisch bekommen und lag erstmal, glaube ich, drei, vier Stunden auf dem Balkon und habe gar nichts gemacht. In erster Linie war es toll, das Konsumieren, weil durch die Gesellschaft, man hat halt dazugehört. Man war nicht immer eine Außenseiter in der Zeit. Ich habe konsumiert, ich habe gefeiert, mit Freunden abgehangen, getrunken, geraucht, getanzt, also viel Party gemacht und konsumiert. Und ja, es waren dann auch so vier bis sechs Gramm am Tag, jeden Tag, täglich. Irgendwann war das halt so, da hat man sich jeden Tag zwei, drei Gramm geholt und ich habe halt den ganzen Tag über geraucht. Ich habe halt morgens nach dem Aufstehen, eine halbe Stunde später, nachmittags, selbst wenn ich nachts wach geworden bin, habe ich konsumiert und damit ich wieder schlafen kann. Also wirklich den ganzen Tag verstreut. Irgendwann saßen wir dann halt auch bei älteren Leuten, die da einen Bon hatten und ja, dann wurde uns das halt angeboten. Dann haben die uns, sage ich mal, das Bonrauchen beigebracht, das Eimerrauchen beigebracht und ja, es hat natürlich mehr geknallt als ein Joint. So, du hast dir einen Kopf geraucht und warst halt total weg. Wenn ich ans Eimerrauchen zurückdenke, ist das eigentlich ekelig mich noch mehr, weil es einfach total widerlich ist. So, total ekelhaft, so, wenn ich daran denke, dann will ich das gar nicht sein. Und so, wenn ich daran denken würde, dass meine Mutter das gesehen hätte, war total peinlich und schlimm. Eigentlich hätte ich mich mit meinen Freundinnen treffen müssen, ins Kino gehen, shoppen gehen, aber nein. Ich war mit meinen ganzen Jungs und meinen Freunden draußen und hab Drogen genommen jeden Tag und mich irgendwo hingesetzt, gegessen und getillt und irgendwie eine Scheiße gelabert. So, total sinnlos und das vor allem jeden Tag jahrelang. Wenn jemand sich dafür entscheidet, Drogen zu nehmen, dann sehr bewusst und einen sehr bewussten Zusammenhang und auch sehr bewusst gucken, okay, kann ich das immer noch trennen? Kann ich, schaffe ich das nur nach der Schule zu rauchen, schaffe ich das mal nur am Wochenende zu rauchen? Und wenn man dann eben feststellt, oh, ich kriege hier Probleme oder ich bin in so einer Herdentriebstruktur, dass ich das mache, was meine Kumpels machen, ohne dass ich das selber will, dann muss man mal einen Schritt zurückgehen und sich überlegen, ist das okay noch? Also, solange alles andere funktioniert, ich das Leben ganz normal gestalten kann, Schule, Freunde, Hobbys und das integrieren kann, würde ich denken, dann ist das die freie Entscheidung eines jeden. Die meisten gehen damit ganz normal um, selbst meine Eltern sind mittlerweile auch damit sehr entspannt, weil die größte Sorge von meinem Vater vor allen Dingen war natürlich, dass der Konsum eine Hürde für mich darstellen könnte. Das war eine große Sorge, jahrelang hat er das immer problematisiert, so frei nach dem Motto, wenn du weiterhin kiffst, erreichst du deine beruflichen Ziele nicht. Du bist damit Probleme bekommen, das war für ihn ganz klar und jetzt seit ungefähr sechs Jahren bin ich dann beruflich erfolgreich und alles läuft und mittlerweile hat er es sogar selber probiert. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass es halt so einer richtigen Sucht geworden ist, also dass es nicht mehr kontrollierbar war. Dass man also nicht konsumiert hat aus Spaß, sondern dass auch Spaß schnell ernst geworden ist, dass man das gebraucht hat. Ja, der Konsum hat mich halt so weit getrieben, dass mich die Arbeit nicht mehr interessiert. Es war mir alles egal, ja. Hauptsache der Stoff war da, zum rechten Zeitpunkt. Also am Anfang bin ich halt noch regelmäßig zur Schule gegangen, ich habe halt vormittags nicht gekifft. Ich habe halt immer erst, ich bin von der Schule nach Hause gekommen, habe mit meiner Mama geredet, habe gegessen, meine Hausaufgaben gemacht und habe mich halt dann halt erstmal mit meinen Freunden getroffen und dann konsumiert. Nur irgendwann habe ich dann halt immer mehr blau gemacht und bin halt nur noch paar Tage in die Schule gegangen und wo ich dann angefangen habe, die anderen Drogen zu konsumieren, habe ich halt wirklich gemerkt, dass irgendwie in meinem Gehirn nicht mehr alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte, dass ich halt eigentlich echt dumm geworden bin. Ja, dann bin ich halt lieber zu Hause gewesen, habe halt ausgeschlafen, ja, mein Leben gechillt, so, bin halt meinen Verpflichtungen nicht mehr nachgegangen, habe auf meine Familie, sage ich mal, geschissen und so. Also mir war halt alles egal, außer die Drogen und meine Drogenfreunde. Wir haben es auch überhaupt nicht mehr als schlimm empfunden, es war halt so, sage ich mal, die Normalität, so. Schlimm war es für uns halt, wenn wir die Drogen nicht hatten oder für mich war es halt sehr schlimm. Ich weiß nicht, irgendwie war ich so leer, ich habe mich so alleine gefühlt, so, keine Ahnung, nur so, als wäre ich nur so zu einem Prozent da, als würde ich gleich irgendwie umkippen und ich war halt nicht glücklich, so, ich war halt so abgeschottet von meiner Welt irgendwie. Ich habe ja über Jahrzehnte oder, ja, kann man ja so sagen, habe ich konsumiert und ich hatte halt Angst vor der Realität. Also das war schon sehr extrem schlimm. Irgendwo war dann der Klickschalter, wo ich gesagt habe, so geht es nicht weiter, es muss noch ein Stück weit, musst du noch leben, weil ansonsten, ja, kannst du dich mit den anderen irgendwann zusammen ganz früh ins Graben bringen. Und das war es mir irgendwann nicht mehr wert. In der Zeit, wo ich ja mit dem Grasrauchen aufgehört habe, war eigentlich mehr Tag als Nacht. Also man konnte nicht schlafen, alleine durch die Schweißausbrüche und alles, das man hatte. Ich, ja, hätte die Wände hochklettern können, ich hätte Leute boxen können, also ich war sehr aggressiv. Ich habe schon Suchtverlagerung, da ich halt nebenbei der Zigarettenrauchen halt auch noch aus meiner Bonn rauche. Aber jetzt ohne halt Gras oder so, sondern einfach normalen Tabak. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist, es lässt mich halt noch nicht ganz los. In dem ich dann halt echt gar nicht mehr klarkam, so auf mein Leben und mir alles egal war, kamen meine Eltern ja auch dann zu dem Entschluss, dass ich ein Problem habe, dass ich Hilfe brauche. Haben sich ans Jugendamt gewendet, Psychologen gesucht und ja, dann kam halt eins und eins zusammen. Und ja, du gehst in eine Klinik. Ja, dann habe ich halt überlegt und überlegt und dann habe ich mich halt irgendwann auf das Angebot, sag ich mal, eingelassen. Ja, wie viel ich eigentlich kaputt gemacht habe in der Beziehung zu meinen Eltern. Und zu sehen, wie stolz die jetzt auf mich sind, das macht einen halt richtig glücklich und gibt einem halt richtig viel Kraft, so hier zu bleiben und das halt durchzuziehen, so, weil ich würde nie in meinem Leben mehr Drogen, sag ich mal, vor meine Familie stellen. Nicht mal, ich würde Drogen vor nichts stellen. Wenn ich jetzt so an die Zeit zurückdenke, ekele ich mich richtig, was ich gemacht habe. Ich schäme mich richtig dafür, dass ich meine Eltern geklaut habe und wie verletzt ich die habe und dass ich einfach, dass mir es einfach egal war. So, völlig egal, mich hat das überhaupt nicht interessiert. Deswegen bin ich echt froh, dass ich jetzt eigentlich hier bin. Also, zuerst möchte ich meine Therapie beenden, um das halt alles abzuschließen. Und dann würde ich gerne anfangen, irgendwie mit Arbeiten, noch ein bisschen das Leben genießen, vielleicht mal irgendwann eine Familie gründen. Ja, als Malerin würde ich gerne arbeiten, könnte mir aber auch vorstellen, als Reinigungskraft noch zu arbeiten. Und da ich leider keine Ausbildung habe, ist es halt nicht einfach mal zu sagen, man, ja, man muss sich da halt oder kann sich auch nicht ausmachen, dass man halt einen Job kriegt, der irgendwie, ja, also Reinigungskraft wäre schon ganz in Ordnung. So jemand wie ich, der einfach versucht, seine Probleme mit dem Konsum zu bewältigen, muss halt auf jeden Fall eine andere Lösung finden. Ich finde es bedauerlich, dass Leute wie ich und Millionen anderer Menschen verfolgt werden in unserer Gesellschaft, weil sie etwas konsumieren, was aus unerklärlichen Gründen verboten wurde. Das Leben ohne Cannabis ist einfach besser so. Man ist einfach bei sich so. Man lebt in der Realität und nicht an der Realität vorbei so. Der Mensch wird immer nach Mitteln und Wegen suchen, sich zu berauschen. Und dann ist es meines Erachtens die staatliche Pflicht dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft dies tun kann und nicht mittels Verbotes dann noch kontraproduktiv für mehr Gefahr gesorgt wird, als eigentlich der Rausch an sich mit sich bringt. Wir müssen verstehen. Wir machen es ja. Wir sind sicher. Untertitelung des ZDF, 2020